Bombe in der Bank. So, jetzt setzen wir es mal an das Ding. Juhu. Genau, jetzt zieh dir erstmal ne Hose an, setz dich richtig hin und dann geht's auch. Genau. Ich hab ne Hose an, tatsächlich. Mhm. Ich schau nicht oft, dass ich ne Hose an hab. Firmheit ist weg. Twitch wär ja noch ganz cool. Tragisch, tragisch. Ah, Sophia mit dem Blendscheiß. Ah, ich glaub Twitch liegt mir ein bisschen mehr. Ja, die Distanzen so groß, ne. Da ist das mit dem Verreißen bei Sophia ein bisschen ungünstig. Ja, stimmt. Bribnage ist bei uns. Ich bin so neidisch, weil dein Nickname nicht so cool ist wie der. Ja, ja, ja. Kennst du doch, wenn du da mal so ne, so ne, so ne, irgendjemand triffst. Und wie ist dein Nick? Hm, Bribn vom Nagel. Wer will nicht ein Nick, den man nicht aussprechen kann. Ja, dessen Name nicht korrekt ausgebrochen werden darf. Ja. Werden kann. Also. Fängt ja schon gut an. Aber die müssten hier Archiv und so sein. Ja. 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 Ja, ich schieß mal den Mute ab. Da. Lesion und Mute. Einer läuft nach hinten raus. Und einer ist... Mute ist noch hinter der Theke. Ich bin gut! Das war's. Okay, Igel spielt wieder nur Game Boy. Mhm, aber hier noch ein Ping, es sind beide Runden drin. Im Archiv ist er, hinter der Wand, wo das Loch ist, sind beide hier im Archiv. Ich habe irgendwas getroffen. Achso, ich habe einen Diffuser, ich kann eigentlich, kann ich hier vorne irgendwie rein? Hier vorne, hier bei links, weil... Ich wollte gerade umlaufen, aber das brauche ich ja gar nicht. In die Ecke, genau. Planten. Clemau hinstellen. Habe ich auch, nur für den Schlimmste. Und raus. Ich stehe jetzt eh zwei Clemau's. Fahrstühle kommt einer. Sehr schön. Hast du den Husky erwischt? Ja, ich bin zwei Clemau's direkt an den links. Werden wir einfach alle rausgehen sollen, aber warten sollen. Wie sie hinrennen. Wenn sie aufpassen, als böse nach hinten losgehen können, wenn sie die Clemau's abschießen und an dem Ding stehen, dann müssen wir hier wieder pushen. Wer rennt der Erste und die Clemau rein, der Zweite legt sich oder ist keine, wer rennt auch bei den Clemau's. Das wäre richtig geil, ja. Aber ich wollte mich da nicht so drauf verlassen. Manche gucken ja tatsächlich, wo sie hinlaufen. Ja. Gut, sie haben uns natürlich jetzt auch sehr in die Hände gespielt, ne. Sich da gegenseitig abzuknallen. Mhm. Das ist aber in letzter Zeit wieder echt extrem häufig, dieses selbst gegenseitig abknallen, ne. Keine Ahnung was los ist. Wieder irgendwas im Trinkwasser ist, oder? Wahrscheinlich. Die Leute wieder alle durchdrehen hier. Ach du Heimlinger. Die eine Warte ist überhaupt nicht verstärkt. Null. Ja, ich hab nix mehr. Ich wollte gerade das Mute-Teil wegschmeißen. Wegschmeißen? Ja. Ich lieg hier an der Wesenkammer. Wie üblich. Der gehöre ich als Freund. Ja, aber nicht allein. So. Da fimmelt einer am Fenster rum. Ja, ja. Einen hab ich am Fenster. Einer ist draußen immer noch am Fenster. Ich weiß nicht, ob ihr den meintet. Einer hab ich am Fenster abgeschossen, aber kann sein, dass da noch einer ist. Da ist noch einer. In der großen Halle am runden Fenster oben. An dem? Ne, am Außenfenster hab ich einen weggeholt. Ach. Okay. Scheiße. Ja, oben von der Terrasse kommt auch einer rein. Ich komm am Haupteingang. Ich... Twitch kommt wahrscheinlich hier bei mir gleich. Weil die Twitch-Strone hat mich vermutlich gespottet. Wir wissen mal noch, wobei die sind, die restlichen beiden. Ja, hier ist einer bei mir auf jeden Fall im Gang. Bist du oben auf dem Flur, oder weh? Ich hab die Tauers weg. Und hier kommt eine Granata reingeflogen. Ja, schön. Ja, das lief doch. Hm, der hatte mich hier voll im Blick. Der wollte mich im Blick wegholen. Da kam der andere. Ja. Gesandwiched. So soll's sein. Ja, ja. So soll es sein. So soll es sein, und manchmal ist es so. So soll es sein, so kann es bleiben. Oh mein Gott, es sinkt. So hab ich es mir gewünscht. Der Mark nimmt gar nicht, äh, Fetscher. Ah. Muss ich den jetzt nehmen, oder? Ah, okay. Ne, ne. Mhm. Mark denkt so, ich bin mal mit einem Recruit, jetzt kann ja nichts mehr passieren, Mensch. Ja, wollte so, wollte so tun, als wäre er irgendwie unkonzentriert und würde gezwungen werden, Recruits zu nehmen, obwohl das eigentlich wollte. Ja, richtig. Ne, doch doch. Und dann hab ich ihn erinnert. Und dann hab ich ihn erinnert. Ja, Recruit ist eigentlich mein Lebensoperator, genau. Die sind im Büro, äh, im Busbüro, über die Cafeteria. Und die haben einen Puls, das will mir gar nicht schmecken. Hm. Ja, das Fenster kriege ich weg vom Fenster aus. Puls läuft gerade in die große Halle, der kommt vom Archiv. Ja, vielleicht will er umgehen. Keine Ahnung, wo hinten gelaufen ist. Ich hab ihn verloren. Ich will eigentlich auch gerne hinten über die Gaste reingehen. Was denkt ihr? Können wir machen. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich bin noch in der Drohne, ich guck hier noch mal ein bisschen. Hier können wir bestimmt über das Fenster rein. Das Fenster ist zugecastelt und die Wand zur Küche haben sie Kill Holes drin. Und gegenüber ein Mira Fenster. Das klingt ja einladend. Hm. Weiß ich nicht. Alter, ich krieg 79 Schaden, weißt du? Okay. Heute kann ich aber aufmachen in Kesselwand. Alles klar? Warte, ich springe auf. Und ich hab die EU zerstört. Ja, ich springe jetzt auf das Mira Fenster. Sehr gut. Haben sie voll weggeholt. Funktioniert. Der Teppi ruft an. Der Teppi ruft an. Der Teppi ruft an. Geradeaus zu ist auch nochmal ein Mira Fenster. Ja, das wollte ich auch sprengen. Das war ja, dass ich sprengen wollte. Ah, ok. Da ist einer der Katrinster, vorsichtig, Bruno. Ich habe gerade unten durch das Mira-ähnchen, durch das Thema-Loch angeschossen. Ha! Mira ist weg. Was er zu geil ist, weiß er aber noch nicht. Wo? Direkt von da rein kommt es rechts, im anderen Raum, ist Legion. Okay. Äh, der wird schon defused. Oben ping. Ah shit. Ja, das war ein bisschen zu schnell geplant, und auch an der Stelle, die man nicht richtig verteidigen konnte, wo alle noch draußen waren, ne? Bist du überhaupt da hingekommen zum Planen? Über das Archiv, oder was? Gute Frage. Wer war denn das? Was war mein Name? Ich habe keine Ahnung. Hm. 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 Ja, dann können wir den jetzt da 3-2 verlieren. Hm. Das ist ja unsere Standard-Taktik, ne? Ah, weil das sieht doch nicht schlecht aus. Sicher, ich mach mal nach oben. Ja, ja. Falls einer könnte, kann einer von euch den gegen den D-2 zu machen, den Fahrstuhl. Ich hab noch eine Überraschung. Ja, sehr gut. Dann mach ich ihn über den Objektiv zu. Das ist ein Stück weit. Von der LE-Seiteneingang kommen sie rein. Ja. New camera feed up and running. Tja, irgendwo hätte ich ihn lassen. Tunnel war auch eine Drohne. Hier oben bei mir ist einer. Einer ist im Tunnel von draußen. Ich versuch den mal abzufangen. Montagne kommt über den Tunnel. Oh, ich hab den nicht gesehen. Scheiße. Twitch kommt über die Treppe oben. Montagne und noch einer kommen im Tunnel. Sind im Serverraum. Ja. Twitch kommt die Treppe runter. Da. über den Kurs. Be advised. Op4 has located a bomb. Ehm. C4 set. Ich hab den. Ich hab den. Ich weiß ja nicht, warum die schon nicht weiter zurückgeht, nachdem links die Wand auf ist und alles. Die Wand ist auch offen von der Garage, die müssen nicht... Okay, aber manche Keiner kommt trotzdem durch die Tür. Ja. 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 Ja, jetzt wird es langsam eng für uns. Ja, jetzt müssen wir gewinnen. Das klang ein bisschen wie Keller, aber... Hm, CEO sind sie nicht. Ja, Keller. Ja. 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 Ja, ich habe schon mal ihr Mira-Fenster aufgemacht. Zum Serverraum hin. Wenn wir durch den Tunnel gehen, oder was? Ja. 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 Okay, Leute, dann werde ich mal runter tun. In dem Ekelwasser legst du dich. Aber echt, hey. Ja. Ja, halb zur Welt. Ich sage mal. Ja. Ja. Ja, ja, auch. Oben an der Luke. Ich fahre mal hoch, vielleicht kriege ich ihn weggetwitcht von da. Vielleicht springt er irgendwie runter, wenn ich... Er läuft runter. Oder läuft zumindest ins Treppenhaus. Er ist unten im Treppenhaus. Ich bin schon drin. Er hat gerade eine Treppe mit meiner Drohne gebettelt. Jetzt läuft er wieder hoch. Oh. Oh. Das gibt's nicht. Was? Jetzt bist du allein. 來. Nee. Du wirst das nicht mehr offenhalten lassen werden. ja natürlich ich hab die aber irgendwie nicht mal getroffen doch alle getroffen hab ich sie aber nicht gekillt vor allem wenn du die so triffst hast du auf jeden fall den kopf getroffen ja ich hab's auch getroffen die hatte vielleicht ein zehntel an hp verloren oder du hast dir nur ein bisschen was vom ohr weggeschossen das kann doch nicht sein wir lagen in führung aber ich weiß nicht mal die anderen beim antwort gemacht haben die kinder auf anderen seite rum war dann aber recht zeitnah tot oder planten einfach wir sind noch gar nicht drin dass wir den planten war echt krass weil das hätten wir gewinnen können das war ein bisschen vor ehrlich vielleicht naja